Woche 2 ohne Felix und Carsten ist rum und wir haben wieder vieles geschafft hier auf Philips. Oder generell, was ist denn die Woche so passiert? Ich bin ganz schön weit rumgekommen, ich habe heute wieder noch so, weil irgendwie sehe ich ein bisschen fertig aus, ich weiß auch nicht warum. Ich habe nicht jetzt vorgestern Nacht durchgemacht, also mit Autofahren habe ich die Nacht durchgemacht. Ich bin nämlich diese Woche insgesamt 2500 Kilometer unterwegs gewesen, toll ne? Einmal im Hohen Norden war ich und einmal in Köln, innerhalb von vier Tagen insgesamt. Und am Montag, also morgen geht es jetzt schon weiter nach Kanada wieder. Ich hoffe mal, dass die Lufthansa-Piloten nicht schon wieder steigen, weil sonst komme ich da überhaupt nicht hin. Obwohl, es ist eigentlich nicht so schlecht. Ja, und hier auf Philips ist die Woche ein bisschen, wenn ich in meinen Planen schaue, sollte es ein bisschen mehr kommen, als es gekommen ist. Ich habe eigentlich geplant, um 16 Uhr noch ein paar einzelne Singleplayer-Projekte zu machen, aber ich hatte irgendwie keine Zeit dafür. Und streamen wir am Freitag nicht ohne, weil ich gestern Auto gefahren bin. Aber nächste Woche, nächste Woche geht es wieder weiter. Aspart kommt Transport Fever wieder, jeden Tag. Wobei ich da langsam überlegen bin, ob ich das alle zwei Tage nur bringe und vielleicht mit Blendenkosten abwechsel. Muss ich mir noch überlegen. Am Dienstag kommt Ultimate Chicken Horse. Und auch ein lustiges Spiel, habe ich mit dem Zedrick mal zusammen aufgenommen. Ähm, ja, was haben wir noch zu feines Angebot? Ähm, ja, mal gucken. Nächster Woche kommt noch ein bisschen was. Und ein Gameshow kommt dann Samstag auch, sehe ich wieder. Ach, ist das toll. Ist ja schon Dezember. Heute ist ja erster Advent. Mensch, das Jahr ist so schnell rum gewesen irgendwie. So viel passiert. Ich glaube, mein Wecker klingt gerade drüber im Schlafzimmer. Oh, toll. Naja, ich habe mir reden jetzt mal gekonnt. Ich habe noch einen ganz kratzlichen Hals. Ist voll scheiße heute alles. Oh, Mann. Das Wetter kotzt sich nur an. Es wird immer kälter. Also, na, nie, nie, nie. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe vor mir hier Prima-Kommzettel liegen. Dies ist immer der Scheiß-Anbieter aller Zeiten. Jeden Abend die gleiche Scheiße. Bestimmt heute auch doch wieder. Ach, Mann. Freue ich mich da drauf. Du darfst abends nicht ins Internet gehen. Das verbieten die da anscheinend. So. Ach, Mann. Neue Nachricht auf Facebook. Was ist das denn? Aha. Oh, das habe ich schon gelesen. Wo wird mir das alles neu angezeigt? Komisch. Naja. Was haben wir denn noch so? Da habe ich mal geguckt. Die Woche ist eigentlich gar nichts weiter im Sinne Philips passiert. Habe ich das Gefühl. Der ist doch nicht. Alles beim Alten geblieben. Haben wir neue Abonnenten dazu bekommen? Nein, auch nicht. Oh, gut. Ich sage mal so. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das geht ja auch. Oh, mein Video ist hochgeladen. Oh. Happy, happy, happy bin ich jetzt. Transportfieber Folge 31 gerade hochgeladen. Schau. Ihr Transportfieber. Kommt ja morgen. Oh, muss ich ja noch aufnehmen. Oh. Mir gefällt euch eigentlich Philips. Wenn ich einfach mal so ein bisschen labere. Es ist wie, als würde ich hier auf Facebook ein bisschen rumstufen und ein bisschen erzählen. Ja, ja, wiss ich. Oh, ich bin müde. Ich glaube, ich muss erst noch mal ins Bett gehen. Viel zu früh aufgestanden. Ist ja erst 10.19 Uhr. Es wird Zeit, dass ich mal wieder arbeite. Irgendwie einen normalen Rhythmus bekommen. Na gut. Das war es erstmal. Ja, vielen Dank für Philips Warhol zum Zuschauen. Ach, ich bin jetzt einfach verwirrt. Tschüssi.